Dafür brauche ich einen klaren Kopf, Leute. Also bitte lenkt mich nicht ab. Viel Glück. Jeder, der sich zwischen mich und den Steinen stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Ich bin nicht mehr. Törtlich. Bingo! Halt! Bingo! 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 James! Amanda! Wir sehen uns! Oh Gott! James! Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal und ich werde es tun. Wirklich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Nein! Zurück! Was ist das? Das ist etwas in mir. Ich bleibe in mir. Was? Wer bist du? Mutter, ich bin's. Lara, deine Tochter. Was? Was ist mit meiner Tochter? Fass das Schwert nicht an! Tu ihr bitte nicht. Ziehen Sie das Schwert raus! Was? Nein! Mutter! Mutter, hör mir zu! Es explodiert, wenn Sie das Schwert nicht rausziehen! Oh Gott, nein! Miststück! Du hast alles ruiniert! All die Jahre hab ich mir die Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötetet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte. Wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle! Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon! Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen! Ich verschwende nur meine Zeit! Ich verschwende nur meine Zeit! All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich hab ihn deswegen bemitleidet. Alles da? Geh sofort ins British Museum. Ruf uns an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm. Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können.